Der Oberbürgermeister der Stadt Amberg hatte eingeladen und über 300 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, der Kirche und dem öffentlichen Leben waren in den historischen Rathaussaal der Stadt gekommen. OB Wolfgang Dandorfer machte den Amberger Bürgern Mut. Er wolle keinen Wutbürger, sondern Mutbürger haben, die kommunale Themen auch anpacken. Dandorfer sprach dabei auch die wichtige Beteiligung der Bürger an. Das Internet sei hier zu einem sehr wichtigen Medium geworden, durch das sich der Bürger schnell informieren könne. Nach der Neujahrsanssprache des Oberbürgermeisters hatten die geladenen Gäste noch viel Zeit zu persönlichen Gesprächen.